hallo ihr lieben hallo Bettina und Jutta sitzen in Lübeck auf dem auf dem marktplatz ich glaube es ist der Kuhlmannplatz oder so lassen es uns mal wieder gut gehen denn jeder tag ist gut wie sonst soll er sein wir haben jetzt bestellt also Rinderleber nach Berliner Art mit grünem aus meiner Eltern meiner Mutter alten Zeit zu Hause gab es das wir sind natürlich streng vegan absolut wir halten uns an alle Regeln wir wollten euch nur einen schönen Gruß schicken wir sitzen in der Sonne jetzt ist sie gerade weg aber wir sitzen draußen jeder hat zwei Wolldecken ja genau aber es geht uns gut und wir strahlen die pure Freude aus ja das tun wir also tschüss